Musik Gerade in der nasskalten Jahreszeit sehnt sich so manch einer nach einem erholsamen Tag am Meer. Genau das dachten sich auch Silvia und Rudolf Eder aus Bruck an der Glockner Straße. Sie haben sich hier ihren persönlichen Traum einer Natursalzgrotte erfüllt. Und das möglichst nachhaltig und energieeffizient. Wir haben selber die Erfahrung gemacht, dass wir in die Natursalzgrotte gegangen sind. Und die hat uns einfach so gefallen und so taugt. Die Wirkung vom Natursalz extrem und die wollten wir einfach in Pinzgau noch einmal, dass wir unseren eigenen Traum erfüllen, da in Pinzgau noch einmal für uns bauen. Von 0 bis 99 kommen eigentlich alle, denen das taugt für Allergiker, Asthmatiker, Nebenhöhlenerkrankungen, Bronchitis, auch für die Haut ist total angenehm. Ob Schuppenflechte oder Neurodermitis einfach, dass die Leute da ein bisschen das Gespüren, das Natursalz, dass das einfach gut tut und das Erleichterung haben. So ein Projekt sollte aber natürlich auch gut geplant werden. Gemeinsam mit der Energieberatung der Salzburger G. haben die beiden diverse energieeffiziente Maßnahmen festgelegt. Die Maßnahmen in der Salzgrotte sind natürlich mit den ganzen vielen LEDs sehr stromintensiv. Ein Sohlevernebler, der das Salz mikroskopisch fein vermahlen und ins Salarium einbläst. Die Lüftungsanlage, die was rund bei jeder Sitzung läuft, muss immer die CN2-Gehalt messen und kontrollieren. Und natürlich die Wärme, das ist das Intensivste, glaube ich. Das haben wir so gelöst mit der Baudelaktivierung. Das muss man so verstehen, dass die Dämmung unter der Bombenplatten, eine dicke Dämmung, eine 50 cm dicke Bombenplatten, die Heizung ganz am Boden verliegt und die Sonne dort mit der thermischen Solaranlage heizt jede Sonnenstunde in den Betonkern, speichert das ganze Jahr und gibt das langsam der Salzgrotte ab. Die thermische Solaranlage, die bringt uns irrsinnig viel. Wir haben da, glaube ich, 1.100 Kilowattstunden gebrochen mit der Sonneneinstrahlung und das können wir das ganze Jahr nutzen. Und im Sommer ist ab und zu viel, dann können wir es direkt ins Haus weiterschicken für Warmwasserbereitung. Die thermische Solaranlage sorgt für die nötige Wärme in der Salzgrotte, denn diese wird 365 Tage im Jahr mit 24 Grad beheizt. Für den Strom setzen Silvia und Rudolf auf eine 6,5 kW-Peak-Leistungsstarke PV-Anlage am Dach. Wir haben noch einen kleinen Specher mit 6 Kilowattstunden und die Salzgrotte ist während der Tageszeit immer in Betrieb und da haben wir natürlich eine gute Eigennützung. Und der Überschuss geht auch im Haushalt noch weiter, natürlich hoch und walschen. Neben der thermischen Solaranlage und einer PV-Anlage fährt man im Hause Eder auch elektrisch und produziert köstlichen Honig dank eigener Bienen. Nachhaltig und energieeffizient. Wenn auch Sie Hilfe bei Ihrem größeren oder kleineren Projekt benötigen, dann melden Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Energiespar-Live-Tags. Wir sprechen über das Thema Heizen. Drei Viertel des Energieverbrauchs eines Haushalts entfallen auf Warmwasseraufbereitung und auf Heizen. Aber hier kann man schnell Energie sparen mit einem einfachen Trick. Einfach das Thermostat 1 Grad kälter stellen, damit kann man bis zu 6% Energie jährlich sparen. Dauerhaft gekippte Fenster sind in der kalten Jahreszeit ein No-Go. Deshalb lieber 2-3 Mal am Tag Stoßlüften und dann wieder alles schließen. Gerade im Winter möchte man die Wärme gerne im Raum halten. Deshalb soll man immer die Türen auch wirklich schließen. Sowohl der bauliche Zustand des Hauses als auch das Heizverhalten haben große Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Grundsätzlich ist immer darauf zu achten, dass die Außenfassade ordentlich gedämmt ist. Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf Keller und Dachboden zu legen. Aber man kann auch schon im Kleinen beginnen. Etwa, dass man die Rohre abdichtet. Wie zum Beispiel hier jene fürs warme Wasser. So, das war's auch schon für heute. Mit unseren Energiespartipps zum Thema Heizen. Mehr Infos findet ihr wie immer auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal. Raus aus Öl und Gas. Dieses Motto wird für immer mehr Menschen in Österreich zum heißen Thema. Horrend steigende Preise bei fossilen Brennstoffen und das Bewusstsein zu mehr Nachhaltigkeit im Kampf gegen den Klimawandel lassen eine Sanierung der Heizanlage in den Fokus rücken. Wie bei allen Bauvorhaben ist auch hier eine solide Planung der Grundstein für einen erfolgreichen Umbau. Am Anfang steht die Heizungsmatrix von Klimaaktiv, die eine neutrale Hilfestellung gibt, welche Heizsysteme für das Eigenheim überhaupt in Frage kommen. Danach ist der Energieberater gefragt. Er weiß, welche Voraussetzungen für welches Heizungssystem gegeben sein müssen. Es ist nicht gesagt, dass überall eine Wärmepumpe die beste Alternative ist. Bei einer Wärmepumpe ist es nämlich extrem wichtig, dass auch das gesamte Objekt, also das heißt gute Wärmedämmung, Niedertemperatursystem, Wandheizung oder Fußbodenheizung, dass das ganze System praktisch zusammenpasst. Oftmals kann es auch sein bei älteren Häusern, wo einfach eine Pelletsanlage oder, wenn vorhanden, Fernwärmeanschluss, dass man das bevorzugen sollte. In diesem Wohnhaus in Saalfelden im Salzburger Pinzgau wird zum Beispiel die Gasheizung mit einer Erdwärmepumpe ersetzt. Wir bauen da im Haus die bestehende Gasdärme ab. Wir wollen die ersetzen mit einer Erdwärmetiefenbohrung. Wir bauen außen vor dem Haus drei Tiefensonden und bringen somit Erdwärme ins Haus und ersetzen dadurch die Gasdärme, die Gasheizung durch einordnbare Energien. Eine Tiefenbohrung ist natürlich von der Investition her einmal wesentlich höher, als wenn ich nur eine Luftwärmepompe hernehme. Aber wenn man sich jetzt alleine schon auch diese steigenden Strompreise anschaut, dann kann man wirklich sagen, steigende Ölpreise, Gaspreise natürlich sowieso, dass Amortisationszeiten, die werden immer kürzer werden und dass man da 10, 15 Jahre kann man sagen, dass sich das sicher amortisiert hat. Speziell bei der Tiefenbohrung nütze ich die Wärme, die im Erdreich gespeichert ist, kann ich natürlich zum Heizen meines Hauses nützen. Und der große Vorteil ist, ich bringe circa zwei Drittel von meiner Wärme aus dem Erdreich, also aus der Umwelt, außer, und brauche nur mehr ein Drittel Strom zum Betreiben der Wärmepumpe. Wie tief die Bohrungen für die Erdwärmepumpe sein müssen, das errechnet der Profi individuell. Kommt man auf den K-Wert um, wie gut das Haus gedämmt, hat man Fußbrödenheizung oder hat man Heizkörper. Und durch das Ganze, durch die Quadratmeter natürlich, durch das Ganze errechnet man sich noch an die Laufmeter, die man braucht. Und die Laufmeter teilt man sich dann auf verschieden vielen Bohrungen aus, in dem Fall sind es drei mit 120. Die KNV-Wärmepumpe produziert dann Energie. Die KNV-Wärmepumpe ist ja die neueste Generation. Sie moduliert, sie macht dann warmes Heizungswasser. Das warme Heizungswasser geht dann rüber in den Bufferspeicher. Von da geht es dann raus in die Heizung. Und die Wärmepumpe produziert auch warmes Heizungswasser und geht rüber in den Trinkwasserspeicher. Hier wird dann warmes Trinkwasser produziert und das geht alles automatisch mit unserer Wärmepumpe. Und auch den Strom, der für den Betrieb der Wärmepumpe benötigt wird, kann man zu einem Großteil auf den eigenen vier Wänden produzieren. Den Strom aus der Wärmepumpe, den gewinnt man, wenn möglich, aus erneuerbaren Energien. In diesem Fall kommt da eine Photovoltaikanlage auf das Hausdach drauf, wo ich dann diesen Strom auch zum Betreiben der Wärmepumpe hernehmen kann. Je früher der Ausstieg aus Öl und Gas passiert, umso besser. Spätestens 2030 ist in Österreich dann sowieso Schluss mit den alten fossilen Energieträgern in der Heizung fürs Eigenheim. Es gibt in Österreich auf jeden Fall das Gesetz, dass bestehende Ölheizungen, die älter sind, die 20 Jahre, dass die getauscht werden müssen bzw. nicht mehr erneuert werden dürfen. Also das heißt, man sollte in Zukunft bis 2030 wühlen, dass man nur mehr erneuerbare Energieträger für die Gebäudeheizung hernimmt. Neben der Erdwärmepumpe besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit einer Luftwärmepumpe. Vorteil? Durch den Entfall der Bohrung sind die Investitionskosten am Anfang geringer. Nachteil? Luftwärmepumpen sind nicht so effizient und brauchen wesentlich mehr Strom für den Betrieb. Die Luftwärmepumpe ist auch eine tadellose Sache, funktioniert super in dem Sinne. Nur das Problem ist das, im Winter wird es kalt, die Entzugsleistung von der Kälte ist nicht optimal, somit brauche ich mehr Antriebsstrom, wo die Tiefenbohrung viel wirtschaftlicher ist, weil ich habe kontinuierlich Erdwärme, die gleiche Temperatur im Erdreich, somit habe ich den besseren Wärmeentzug, somit brauche ich weniger Strom dazu zu heizen, somit bin ich effizienter. Für beide Formen gilt aber eines, Bund und Länder unterstützen die Sanierung finanziell. Also Förderungen sind zurzeit extrem lukrativ. Es gibt die Bundesförderung Öl raus mit 7500 Euro, die jeder bekommt, dann dazu noch die jeweiligen Landesförderungen. Und dann gibt es auch noch für finanzschwache Haushalte kommen dann noch selber alte Förderungen. Das hängt dann vom Einkommen des jeweiligen Haushaltes ab, vom Gesamteinkommen, höhere Förderungen lukrieren. Eine weitere Möglichkeit, von Öl und Gas wegzukommen, ist ein Anschluss an das Fernwärmenetz. Auch hier ist eine gute Planung der Schlüssel zum Erfolg. Ja, letztendlich haben wir mit unserem Installateur ein Heizungskonzept entwickelt, wie wir in Zukunft das Haus beheizen wollen. Bisher haben wir Gasthermen im Haus gehabt und da war die Frage, wie wir das in Zukunft gestalten wollen. Und letztendlich ist dann auch der unbedingte Rat vom Installateur gewesen, auf Fernwärme umzusteigen. Weil einfach viel Wartung wegfällt, viel Aufwand wegfällt, Investitionen. Und wir die Wärme einfach ins Haus geliefert können. Man braucht sich nicht um Kesselwartungen kümmern, man braucht sich nicht um einen Kaminkehrer kümmern, man braucht aber auch kein zusätzliches Brennstofflager. Wie man es eben sieht hinter mir, braucht die Fernwärmeübergabestation fast kaum Platz nicht. Sie ist platzsparend, sie ist komplett wartungsfrei, sie hat ungefähr eine Lebensdauer von 30 Jahren und ist somit sehr wirtschaftlich. Und der nächste Punkt, wo es eigentlich sehr viel Kunden spricht, ist eigentlich ein wirtschaftlicher Betrieb. Das heißt, wir haben einen gleichen Wärmemengenzähler bei der Fernwärmeübergabestation dabei und können so den Verbrauch genauestens messen und den Kunden noch eine genaue Verrechnung anbieten. Auch hier werden alle Arbeiten gleichzeitig durchgeführt und der Umstieg wird gefördert. Die Kosten sind somit gut kalkulierbar. Im Prinzip schaut es so aus, man hat eigentlich mehrere Baustellen, entweder im Außen- oder Innenbereich. Draußen hat man die Grabungsarbeiten, da drinnen hat man die Fernwärmeübergabestation und die Primärleitung zum Installieren. Die Versorgung für den Installatier auf der Sekundärseite ist zu machen und die Einbindung ins System. Das heißt, man kann ungefähr rechnen mit 20.000 Euro brutto. Für das gibt es eine Förderung, raus aus Öl. Da gibt es einmal den Zuschuss vom Bund, der KPC in der Höhe von 7.500 Euro und einmal vom Land in der Höhe von 2.000 Euro. Das heißt, man kann sagen, ungefähr die Hälfte von Investitionskosten wird gefördert. Für den Umstieg von Öl und Gas ist also jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Beim Austausch der alten Gasheizung gibt es jetzt sogar bis zu 9.500 Euro Förderung. Ihr Energieberater und Installateur führen Sie gut durch den ganzen Prozess, von der Planung bis zur Fertigstellung. Man muss sich nicht fürchten davor. Ich glaube, wenn es gut durchgeplant ist, so wie es die Salzburger D und unsere Installatär gemacht haben, dann kann man das ganz gut abwickeln. Es ist für einen Zeitraum von ungefähr einem Monat sicher einiges zu tun im Haus, weil man die Leitungen einfach durchstemmen muss. Aber ich denke, es ist im überschaubaren Bereich und nach diesem einmaligen Umbau ist es auch wieder fertig und erledigt. Alle wichtigen Informationen und Anlaufstellen für den Start ins fossilfreie Heizen Hier hat sich einiges getan. Energieberater Andreas Schmidt hat vor rund eineinhalb Jahren begonnen, das 1970 erbaute Haus seines Großvaters von Grund auf für sich und seine kleine Familie zu sanieren. Und es war wirklich viel zu tun, weil Haus aus der 70er Kette einfach wirklich saniert. Die grundlegenden Maßnahmen waren einfach die thermische Gebäudesanierung, ein neues Heizsystem inklusive der Verteilung. Also früher waren es Radiatoren, jetzt ist alles auf Fußbadenheizung umgerüstet. Genau, die thermische Sanierung eben, nicht nur eine Dämmung, sondern auch Fenstertausch. Und was wir aber schon gehabt haben, das ist vor gut zehn Jahren gemacht worden, ist eine thermische Solaranlage, die haben wir behalten und haben wir in das ganze System mit eingebunden. Auch die Raumgestaltung hat sich grundlegend geändert. Hat man in den 70er Jahren noch auf kleine Räume gesetzt, wollte Andreas große offene Bereiche. Die Herausforderungen waren jetzt ganz klassisch die Lieferverzögerungen, beispielsweise auf unsere Luftwasserwärmepumpen haben wir über neun Monate gewartet. Ich war schon ein bisschen ein Bangen, aber Gott sei Dank haben wir es jetzt gekriegt und es ist auch alles installiert und abgeschlossen. Die läuft jetzt auch schon, generell auch bei der Dämmung. Hat auch eine Zeit gedauert, wie man jetzt dann auch sieht, wenn wir ein bisschen außen rumgehen, dass halt noch nicht alles ganz fertig geworden ist. Das Sockel fällt noch, das ist eigentlich so das Hauptding. Als Energieberater war Andreas vor allem eine energieeffiziente Außenhülle wichtig. Dass ich eben schaue, dass das Gebäude ringsum in einer kompakten Gurtenhülle eingepackt ist, um einfach die Wärmeverluste bestmöglich zu vermeiden, egal ob das jetzt bei der Kellerdecken ist oder bei der Außenwände. Wir haben zum Beispiel die erdberührten Bauteile, haben wir eine Innendämmung gemacht, weil wir sonst alles außen aufgeräumt hätten müssen, was natürlich mit den immense Kosten verbunden ist. Aber so mit einer Innendämmung ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die Kellerdecken haben wir gedämmt, weil wir gesagt haben, dass wir den Keller unten nicht beheizen. Aufgrund von der Kellerhöhe oder halt von der Raumhöhe im Keller haben wir allerdings dann, ja, bessere, sage ich mal, oder vom Landerwert her eine bessere Dämmung genommen. Da haben wir dann weniger Dämmstoffdicke benötigt. Und zusätzlich haben wir aber auf der Oberseite der Geschossdecken auch noch etwas gedämmt, sodass quasi die Wärmeverluste von der Fußbadenheizung, die was ja eigentlich bei der Geschossdecken mit dabei ist, dass die Wärmeverluste nach unten natürlich nicht gegeben sind, sondern dass ja die Wärme oben im Raum bleibt. In Sachen Elektrik wurde im Haus alles neu gemacht und auf LED umgestellt. Wir sind ja sehr zufrieden. Das ist einfach toll, wenn man dann in die eigenen vier Wände wohnt mit der Familie. Das ist ja ein unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, jeder, der selber das Glück hat, der weiß, von was ich rede. Wenn Sie sich für Tipps rund um die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at.